moin moin leute wie ihr gesehen habt ich auch nicht mehr erst mal schon lange kein video mehr von mir gekommen liegt daran dass ich ein bisschen viel zu tun habe ja und deswegen leider weniger videos kommen jetzt kommt dazu dass ich aufhört habe zu rauchen und dafür jetzt elektrisch rauchen also mehr dampfe und zwar ging es mir auf den keks ich war schon fast bei 50 cigaretten am tag und habe gesagt das muss mal passieren hier und habe überlegt gehabt mal zu dampfen weil mein kollege von der arbeit der hat immer gedampft und ich war meiner meinung naja ist ja nicht so gesund weil man in den medien gehört hat man kriegt erst mal und was weiß ich nicht alles ja nun habe ich mich aber auch ein bisschen mehr damit befasst und habe mich herum recherchiert im internet dem ist überhaupt gar nicht so und ich muss ehrlich sagen seitdem ich den habe das ist der e-grip 2 bin sehr zufrieden mit dem und habe mir jetzt mal einen anderen bestellt also zwei auf jeden fall muss aber ehrlich sagen seitdem ich den habe heute die erste zeit plus noch 13 am tag geraucht jetzt gar nicht mehr nur noch ja heute habe ich mir mal jemanden getroffen da habe ich mal einen aber mir war das nicht also hat er zurückgegriffen auf meinen elektro vor allem schmeckt auch lecker ja was ich hier für einstellungen habe für mich jetzt sag ich mal die perfekte einstellung weil jeder muss sein sweet spot heißt das ja ich habe ja ein bisschen gelernt über dampfen wer mehr davon wissen möchte oder wenn ihr mehr davon sehen wollt und ein paar tipps haben wollt kann ich es euch gerne geben oder kommen mehr videos kommt drauf an wenn ihr mehr sehen wollt vom dampfen dann mache ich auch noch ein paar ja an dieser stelle möchte ich auch noch mal den sebastian grüßen moin moin mein kleiner es kommen bald wieder videos weil ihr gefragt hast wo ich denn bin man hört von mir nichts mehr es weißt du hat ein bisschen viel zu tun der kleine rainer und dafür hat es zu hoch auch noch ja sind ja alle anderen grüße ich natürlich auch gar keine frage ja das war es erstmal von mir aus ihr wisst jetzt so der rainer auch nicht mehr der dampft schmeckt auch lecker wie gesagt ja wenn ihr mehr davon sehen wollt und wenn ihr mehr informationen über das gerät haben wollt oder meine einstellung mal wissen wollt oder was ich mir jetzt als nächstes gekauft habe und wo ich es mir bestellt habe schreibt mir einfach und ich mache ein neues video gibt meine informationen weiter die ich bis jetzt gelernt habe weil ich muss auch eine ganze menge lernen und ja das wäre mein erstes zamper video wenn ihr mehr sehen wollt schreibt es mal unten in die kommentare und dann mache ich ein paar videos darüber bis dann dann tschüss